Das heißt, ihr bastelt, glaube ich, jetzt jeder einen Papierflieger. Ich kann das gar nicht, das ist so schlecht. Ich habe drei Kinder, ich kann keine Papierflieger brauchen. Hier hast du den letzten Schritt gemacht, das sage ich nicht. Lass dich umstippen. Olli! Gar nicht, ist das? Ja, ich bin durch! Der geht nur gerade aus! Ich nehme die Kamera ein bisschen zur Seite, der kommt zurück bei Ihnen. So ein Schlitter! Da musst du erst mal ran! Da musst du erst mal ran! Oh! Oh! Ich bin jetzt schon kurz fest, eigentlich. Leck mich am Arsch, was das für ein Ding, ey! Geh weg jetzt hier! Nein! Das fängt! Da kann sich das Blatt noch mal rinnen jetzt! Oh nein! Was ist denn jetzt passiert? So ein Fett! Falsche Aspegung bekommen! Abgebt die Post! Ja, wisst du doch! sticks am Arsch! Ja, wisst du doch! Naar, naar! Naar, naar Naar, naar, na heavens! Naar... Naar, naar!